Hallo Konfuzeier! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie. Ich bin immer noch... Ich bin zu schnell mit meinem Finger. Das muss ich wieder in den Griff kriegen. Mit einem weiteren Video und zwar einer Reaction auf eine weitere Folge realer Irrsinn von den Kollegen von Extra 3. Und auch wieder vorgeschlagen von unserem Schildi. Auch wieder dir ein schönes Danko. Und der Kommentar von dir zu dieser Folge finde ich durchaus interessant. Ein überflüssiges Gutachten im übertragenen Sinne. Ja, genau. Ich bin mal bei der Titelfolge schon gespannt, was da so rauskommt. Die Folge heißt nämlich Pinkelpose in Bremen. Ja, sie lässt tief blicken, genau. Wir gucken uns das Ganze mal zusammen an und sehen, was uns der Schildi da rausgesucht hat. Aber ich garantiere euch, es ist wieder eine köstliche Folge, weil die Folgen von ihm sind immer köstlich. Hansestadt Bremen. Hier in der Bürgerschaft werden wichtige politische Debatten geführt. Die Bürgerschaft kennen wir schon, die hatten wir schon mal. Jetzt bin ich, hoffe ich nicht so, dass wir diese Folge schon mal hatten. Weil das wäre natürlich ärgerlich. Aber das kann man ja ganz einfach nachgrüßen. Ich gehe mal gerade kurz drauf. Nein, ich habe das noch nicht geliked, also habe ich die Folge noch nicht gehabt. Aber die Bürgerschaft in Bremen kennen wir schon, ja, also ich kenne den Saal. Aber ich glaube, damals ging es, genau, damals ging es in der Folge darum, dass die Bürgerschaft übergrößer wird. Aber heute geht es ja ums Pinkel. Doch im Moment steht der Locus im Fokus. Tolles Wortspiel, perfekt, Locus im Fokus. Wenn das Haus voll ist und die Toilette halt eben sehr frequentiert ist, dann kommt es natürlich zu mehreren Flecken und irgendwann stinkt es. Ja, das kommt in der Politik häufiger mal vor, auch wenn man es nicht immer riecht, wenn es stinkt. Äh, ja, aber in dem Fall glaube ich, das riecht schon ganz schön. Und den Fleck da unten, mhm, ich glaube, ihr solltet mal an eurer Toilette arbeiten. Wie wäre es mit der Pinkelrinne? Tatsächlich, Flecken unterm Pissoir. Ja, und nun? Dann haben wir einen Gutachter eingeschaltet, um daraus zu finden, woran es denn wohl liegen möge. Ich würde ganz einfach sagen, es gehen zu viele Leute, die andere Dinge machen, als darauf zu achten, wo sie hinpinkeln. Aber man könnte das Ganze natürlich perfekt umgehen. Liebe Herren, setzt euch mit eurem Hintern aufs Klo und pinkelt ins Becken rein und nicht ans Pissoir. Sehr gute Idee. Und der Gutachter startet auch sofort ein hochwissenschaftliches Experiment. Der Vorgang einer Blasenentleerung wurde durch den Einsatz einer kleinen Gießkanne mit Warmwasserfüllung simuliert. Perfektes Simulations-Objekt. Nicht. Interessant. Er hat sich dann so in mögliches Verhalten der Nutzer versetzt und hat also nicht nur direkt ins Loch gekippt, sondern hier auch in die Mitte des Randes. Und da zeigte sich dann, dass einzelne Tropfen natürlich ganz korrekt abflossen, aber andere auch nicht. Ja, welche Erkenntnis? Die Tropfen gehen nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Also, das ist normale Physik. Das weiß jedes Schulkind spätestens in der fünften Klasse. Dafür brauche ich kein Gutachter, um das rauszufinden. Ich brauche auch kein Gutachter, um rauszufinden, warum die alle daneben pinkeln. In der Tat. Der bewährte Urinal-Gießkannen-Test beweist. Dass das Blasengut nicht dort landet, wo es landen soll. Welch überragende Sinnigkeit eines Gutachtens, das völlig unsinnig ist. Aber was sagt denn das Gutachten zu dem Grund dafür? Die Länge des Gliedes und die Wumpfweite bei der Blasenentklärung werden oft überschätzt. Dadurch wird der Abstand zu groß gewählt. Nicht wirklich ihr Ernst. Das hat nicht wirklich in diesem Gutachten bestanden. Wir wissen es ja. Das sind 20 Zentimeter. Äh, kleiner Peter. Entschuldigung, die Anspielung an dieses Lied. Aber, ja. Ich sag's ja. Kleiner Tipp. Pissoir ist weg. Zwei weitere Toiletten hingesetzt. Sollen sie sich mit ihrem Arsch draufsetzen. Dann landet's da, wo's hingehört. Ah, es liegt also an meinem Urinstinkt, dass es hier nach Urinstinkt. Nicht die Mechanik ist das Problem, sondern der Mann. Ja, stimmt. Weil, wir wissen ja, männliche Objekte der Spezies markieren ihr Revier. Und in einem Parlament gibt es viele männliche Tiere, die entsprechend das Markier, äh, das Markier revieren wollen. Das Revier markieren wollen natürlich. Und, äh, ja, genau. Dafür hätte man eigentlich aus meiner Sicht kein Gutachten benötigt. Das weiß man auch so, gerade als, äh, Frau. Ja, sie hat es erkannt. Man braucht dafür kein Gutachten. Nur gesunden Menschenverstand. Aber, wir hatten's ja schon mehrfach. Politiker und gesunder Menschenverstand sind manchmal zwei Welten, die aufeinanderprallen und sich abstoßen. Aber erst jetzt ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es doch auf die Länge ankommt. Und zwar auf die Länge zwischen Gliedende und Urinalbeginn. Das Gutachten ist also kein Griff ins Klo. Ja, es kommt drauf an, wie viel teuer das Gutachten war. Also für den Gutachten hat sich das mit Sicherheit gelohnt. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, so der Menschenverstand hätte das Ganze auch ohne ein Gutachten erledigt. Es hat offensichtlich, äh, äh, dazu geführt, dass man darüber nachdenkt, wie man sich entleert. Also ich uriniere immer fachgerecht. Wie uriniert man bitte fachgerecht? Lieber Grünen-Politiker, das möchte ich gern mal in einer schriftlichen Ausarbeitung, am besten auf vier Seiten. Wir waren erst kurz und zu längst. Und Gutachten in Bremen beschäftigen sich mit mehr Pipi-Kram als man ahnt. So, ähm, wir schauen uns das jetzt nicht von vorne an. Ich mach das jetzt auch nicht ans Ende, sondern wir lassen das so, ähm, und wir machen unser Like. Das ist ja das, was wichtig ist. Deswegen haben wir es ja schon. Und, ja, genau. Äh, oh mein Gott. Passt perfekt. Genau. Also, liebe Bürgerschaft, liebe Männer in dieser Welt, überschätzt euch nicht. Dann braucht es nicht solch unsinnige Gutachten. Wobei, vielleicht doch. Weil sonst geht uns der Stoff aus, den wir reakten können. Aber wie immer, geiles Video, chill die. Wie, 100 Daumen von mir hoch. Vielleicht schickt unser Kistencard auch wieder ein Herzchen. Und, ähm, ja, mir bleibt jetzt wieder immer nur mein Sprüchlein runterzurattern. Nein, ich ratter das natürlich runter. Das ist jedes Mal frei, äh, ausgeladen. Wenn das passt immer dasselbe. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen bei mir hoch. Würde mich freuen. Abo und Glocke aktivieren. Solltet ihr das gleiche auch bei den Kollegen von Extra 3 machen wollen. Unten findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr direkt hinspringen. Euch das Ganze auch nochmal ohne Kommentare angucken. Auch ein Like und ein Abo da lassen. Und, bevor ihr aber da rüber springt, weil ihr sowieso gerade da unten unterwegs seid. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik habt. Ähm, vielleicht was, was wir reakten können. So wie das der Schildi immer wieder macht. Und ich bin ihm da wirklich sehr dankbar. Ja, dann unten in die Kommentarsektion ein Kommentar lassen. Ich reagiere drauf. Manchmal dauert es ein paar Tage länger. Seht es mir nach. Aber ihr kriegt auf jeden Fall eure Reaktion. Und, ja, dann wie immer bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Josi. Tschüss.